Hat sie das jetzt gebracht? Einheitsüber, dieser ex-modische Mute. Nice. Zum Glück ist er schon tot. Ich muss aus diesem Labor raus. Aber was? Scheiße. Fuck. Ich wollte denke ich auch mal die Nummer hier eingeben. Wahrscheinlich hat die mir die mir auch was gebracht. Die hat mir bestimmt irgendwas... Die hat mir bestimmt irgendwas gebracht. Okay, da ist ein Rollstuhl. Okay, wir müssen wieder runter. Das sind jetzt wahrscheinlich mehrere Runden. Aber ich möchte definitiv auch noch... Oh, shit. Gehen wir mal woanders lang. Keine Ahnung, wo die alle sind. Ist hier auch wieder irgendwas? Oder unter uns? Irgendwie unter uns. Man kann uns so schlecht hören, irgendwie. Okay, hier ist keiner. Den hier oben, den holen wir uns definitiv noch. Der hat bestimmt wieder ein Glimmer dabei. Oder irgendwas Geiles hat der dabei. Ach, mich regt es auf, dass ich jetzt den Code nicht eingegeben habe. Da hat es bestimmt was... Da hat es bestimmt was Geiles gegeben. Habt ihr die Tür gesehen? Da kann man auch noch rein. Na, komm ja, mein Kleiner. Danke dir. Alter, wir können so viel Munition herstellen ohne Müll. So, dann gehen wir mal hier rein. Zack. Feierabend. So, was hat der hier bei? Eine Tasche? Ah, Medizin. Nice. Also Medizintaschen haben wir jetzt schon voll. Ist ja schon mal geil, würde ich sagen. Okay, Medizintaschen haben wir echt jetzt maximal. Also Medizin, die wir mitnehmen können. Finde ich schon mal cool. Schrott. Komm, schön mitnehmen. So, dann holen wir uns mal hier. Mal gucken wir uns das mal an hier. Die Union-Bevölkerung hat sich bereits verwandelt. Unsere Anstrengungen waren umsonst. Der Kern entkam vor weniger als einem Tag. Nach nur wenigen Stunden erhielten wir Berichte über immer mehr Verlorene. Wir sind jetzt überall. 20% von Union-Bevölkerung hat sich bereits verwandelt. Und wir jagen und töten Arte, die noch am Leben sind. Es ist ein Albtraum. Wenn das so weitergeht, ist in zwei Wochen keine mehr da. Wir haben den Kontakt zu Mobius verloren. Wir sitzen hier fest mit Verlorenen. Es kann nicht mehr gestoppt werden. Das ganze Union-Experiment wird scheitern. Wir sind alle verdammt. Tut mir leid. Okay. Dann gehen wir mal wieder runter. Aber jetzt würde ich auch noch durch diesen Gang auch noch durchgehen, weil da gibt es bestimmt auch noch irgendwas krasses. Okay. Oh, nicht so ein Viech. Ah, die werde ich früher oder später auch noch besiegen müssen. Weil wir müssen da ja lang. Das ist ja das Problem. Über Leichenteile hier verflucht. Ich glaube, hier ist sie hergelaufen. Gleich, 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 gleich. Ich habe ihn gesehen. Ich habe es gehört. Hier ist es so einsam und unheimlich. Ich werfe diese Leichen, diese Dinger in die Grube, aber es kommen einfach immer mehr. Warum bin ich überhaupt hier gelandet? Ich höre Dinge. Stammen, sie kommen aus der Grube. Das kann nicht sein. Aber wenn sie nicht aus der Grube kommen, dann sind sie in meinem Kopf. Und das ist noch schlimmer. Akustische Halluzinationen gehören zu den Symptomen. Nein, ich kann nicht infiziert sein. Das ist kein Virus oder Bakterien. Das ist eine mentale Sache. Die nur Bewohner infiziert, die es in Erinnerung umgeschrieben wurden. Sie haben... So haben sie es mir zumindest gesagt. Scheiße, ich muss mich zusammenreißen. Das ist nur die Einsamkeit, die mich so denken lässt. Das ist die Einsamkeit und die Nähe zu diesen verrückten Leichen. Es handelt sich nicht um das Phänomen. Oh nein. Es kommt. Ich muss hier raus. Was kommt? Scheiße, jetzt kommt wieder irgendeine Scheiße. Die Kacke passiert doch jetzt wieder. Nein. Was ist das? Na toll. Heilige Scheiße. Es sucht nach mir. Na toll. Scheiße. Komm schon, 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 komm schon. Nein. Nein. Wir müssen warten, bis sie sich umdreht. Wir müssen mal da jetzt sind. Nein. So ne Kacke, dieses Viech, das riecht mich echt auf, die Olle. Weil die ist echt irgendwie blöd. Komm, dreh dich um. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Schön. Wo geht's denn hier hin? Ging's hier auch schon runter? Hier ging's auch schon runter, hab ich gar nicht gepeilt. Toll. Mal. 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 ich muss jetzt hier lang gehen hier muss ich umdrehen, wir müssen die andere Seite lang gehen hier kommen wir auch wieder nicht lang Kupschu 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 Klaus Laut, nee! Wie sollen wir denn jetzt lang verflucht? Nein! Komm, 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 komm! Komm schon, Kopfel, komm schon! Warum läufst du nicht, verflucht? Und was ist es geschafft? Wir haben es geschafft. Dreckst Ding. Schnell hier raus, ey. Schnell die Chip-Dings einwerfen da hinten. Wird ja wahnsinnig. Gehen wir da hinten ran. Vielleicht brauchen wir das Viech nicht töten. Das wäre ja nicht verkehrt. Es ist ja nur wieder Munition verschwenden. Ob das auch jemand? Dann schnappen wir uns, wenn er umgedreht ist. Dreh um! Dreh um! Dreh um! Dreh um, dreh um, dreh um! Dreh doch um! Du, jetzt komm, schnell. Schnell, 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 schnell. Müsst mal locker kriegen. Schön. Wunderbar. Komm schon, komm schon, komm schon, bevor das... Wir töten das Ding einfach. Ich glaube, wir töten es einfach, ey. Hö, ist schon tot? Das war ja easy. Wenn man das von hinten vielleicht in den Nacken schießt, dann stirbt es vielleicht instant. Hat er fast den Anschein gemacht. Ja, mach ich. Ich warte. Danke sehr. Oder auch Zeit. Hoffentlich hole ich Hoffmann und O'Neal noch ein. Spritze nehmen wir mit. Hier liegt wieder Munition, das ist... Nein! Kein gutes Zeichen, wollte ich sagen. Nein! Liegt eine Handwaffe drinne? Was liegt denn da für eine Handwaffe drinne? Achso, das ist bloß für Munition oder irgendwas. Okay. Das ist ein Labyrinth hier. Wo geht es denn hier lang? Oh oh. Irgendwas segliges. Was passiert, wenn ich hier drücke? Feueralarm? Also, wahrscheinlich tauen die Dinger dann auf. Oder wie auch immer, werden die wach gemacht, die scheiß Viecher? Da ziehen wir jetzt mal nicht dran. Vielleicht brauchen wir es ja nicht. Warum auch immer dieser Hebel da ist. Ja, wahrscheinlich, wenn das Wasser dann kommt, werden die nass und wachen auf. Das klingt jetzt so harmlos. Die wachen wahrscheinlich dann wirklich auf. Und deswegen dürfen wir das nicht tun. Oder die sterben direkt, wenn man das Ding benutzt. Was? Stimmen? Ja, ich höre auch stimmen. Der hat sie gefangen genommen? Schau mich an, hat er gesagt. Nein, du musst ihm widerstehen. Hoffman, verrückt. Nein, er weiß nicht, was er tut. Scheiße, dafür ist der Feueralarm. Das Feuer, Wasser, scheiß. Liam, nicht. Wen meinen Sie mit Liam? Er ist zurück. Toll. 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 Scheiße, wie soll ich hier rauskommen? So kommt sie nicht raus. Er verlangt, dass ich mich um dich kümmere. Du kannst sterben. Fuck. Oder mich ändern wie ich. Wo ist er denn jetzt? Der ist da hinten drin. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nee. Ich will dich töten. Oh shit, oh shit Lauf, 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 lauf Komm schon, lauf, 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 lauf Komm schon, komm schon, komm schon Weiß nicht, wie viel der Typ nur aushält Scheiße Scheiße Was soll ich denn machen? Ich halte einfach mal auf den Traum, ich weiß es nicht Ich kämpfe doch gegen dich, verblucht Ich glaube, ich muss das machen, wenn er da drin steht Oder? Doch nicht Man Ich habe kaum noch Munition, also ich habe zwar noch Munition, aber Scheiße, scheiße, scheiße Komm schon, komm schon, komm schon, schnell Wir brauchen Munition Wir haben nicht mehr so viel Also, wie viel Munition da auch drauf geht, ne? Wo ist er denn jetzt? Der ist doch verrückt, der Typ Ach, da hinten ist er Der ist ja vollkommen durchgedreht Haben wir jetzt so? Ich glaube, jetzt haben wir ihn, oder? Oder? Du Penner, Alter Bitte schön, O'Neill Endlich Befreit Von seiner Stimme Von meinen Ängsten Ich hatte solche Angst Er muss aufgehalten werden Jetzt auf einmal, weißt du Wenn ich ihn finde, O'Neill Er hat die Ebene gewechselt Ist nicht hier Nirgendwo Die Maschine im nächsten Raum Sie musste stört werden Was für eine Maschine Ich sollte sie bauen Um ihn zu verstecken Sie muss zerstört werden Um ihn zerstören zu können Was ist passiert? Wie ist O'Neill zu diesem Ding geworden? Keine Ahnung Ich war in meinem Unterschlupf, seit sie weg waren Als Liam mich bat, ihn zu treffen War ich so erleichtert, seine Stimme zu hören Aber das war nicht Liam Er war dieses Ding Ich wollte zu ihm durchdringen Aber Sie haben ihn ja gehört Theodore Wallace hat etwas mit ihm gemacht Armer Kerl Ich wollte ihn nicht töten Sie hatten keine Wahl Theodore hätte ihn nicht gehen lassen Und jetzt? Schauen wir uns die Maschine an Die O'Neill erwähnt hat Ich glaube, sie ist auf der anderen Seite des Raums In dem sie uns gefunden haben Beschädigter Flammenwerfer Die Brennstofftanks Diese Flammenwerfer sind in dem Bereich beschädigt Wenn du ihn benutzen willst, musst du Ersatzteile finden Da die Ersatzteile In der Sprechung stehendschein Musst du ihn nicht finden Die du aus der Tanks ausbauen kannst Allerdings kannst du das Gefühl Das er nicht einfach rumliegen wird Flammenwerfer Könnte ich gebrauchen Aber er ist kaputt Warte mal, warte mal, warte mal Vorwurter reingehen Könnte ich ihn wieder herstellen Hier lag da noch irgendwas genau Alter, wir haben so viel Munition verballert Ohne Scheiß Wir haben so viel Munition rausgehauen Aber wir haben es geschafft Und das ist wichtig Jetzt gucken wir mal Ein Spiegel Nice Da gehen wir gleich rein Untersuchen Ganz schön viel seltsamer Kram hier Anscheinend hat er was gebaut Vielleicht diese Maschine, von der er geredet hat Ja, Meister Natürlich Die Maschine läuft wie geplant Danke Das zu hören Erfüllt mich mit Stolz Was? Aber sie ist harmlos Sie ist nicht Nein Ich wäre niemals ungehorsam Natürlich werde ich Was immer sie wünschen Ich bin im Fabrikationsraum Zugangsberechtigungen sind wertlos Wenn alle tot sind Also Komm einfach zu mir Ich muss Dir was zeigen Es ist wichtig Tut mir leid Er hat sich schön in die Falle geführt Die Olle Wunderbar Sein Markenzeichen Theodore hat seine Finger hier überall im Spiel Fast so etwas wie eine Art Kommunikation mit ihm Okay Dann würde ich sagen Skillen wir nochmal kurz Bereiten wir uns nochmal kurz hier vor Mit Skillen Ich weiß nicht Wie viele Punkte haben wir denn hier Können wir nochmal was bauen? 200 Waffenteile Das wird nicht ganz reichen Wir müssen uns mal hier wegen Feuerkraft gucken Das können wir machen Nee Warte mal Warte mal Das machen wir hier Lieber Obwohl Da haben wir ja eigentlich genug Dann machen wir lieber hier noch Obwohl Hier haben wir eigentlich auch Waffen Hier brauchen wir keine Waffenteile mehr Das passt Dann brauchen wir eigentlich bloß noch hier Waffenteile Dann nehmen wir mal Da bauen wir das mal aus Den Rest den lassen wir erstmal noch Vielleicht hier können wir nochmal gucken Ladezeit Rauchbolzen Hapulbolzen Nee Das gefällt mir alles nicht hier Nee das skillen wir mal noch hier Den Rest lassen wir noch offen Ich bin mir noch nicht sicher Ich weiß noch nicht genau was ich machen will Und wie viel Glimmer haben wir? Gucken wir mal Ich glaube Schlüssel haben wir keine mehr Deswegen das sollte passen Ich kann nicht Ihnen helfen Detective So 6500 Heilung Gesundheit Da sind wir ja hier eigentlich voll Das brauchen wir eigentlich nicht würde ich sagen Hier unten vielleicht Das brauchen wir auch nicht Was haben wir hier noch? Wir haben doch rotes Gel noch gekriegt Eins haben wir nämlich Das ist nicht schlecht Das ist geil Aber das kostet wahrscheinlich auch Das kostet bestimmt richtig Kohle Dann geh doch mal da hoch Äh 75.000 Ohne Scheiß Digga Ist ja mal Überhaupt nicht übertrieben Athletik Ausdauern Zeige das nicht verkehrt Okay den Rest lassen wir so Fast Okay Gut Leute Dann machen wir hier auf jeden Fall erstmal einen Cut Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich hoffe euch hat das Ganze wieder mal gefallen Falls ja lasst bitte einen Daumen nach oben da Schreibt auf jeden Fall Feedback Ich hoffe ihr verfolgt das Ganze bis hierher Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Zu E-Virusin 2 Und ich denke mal dass wir irgendwann auch das Ende sehen werden Mal gucken Ich bedanke mich Macht's gut Euer Panne Servus